Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den DF Friday Facts. Heute haben wir einen kleinen Helfer mitgebracht und zwar den Zentrierring. Aber was ist ein Zentrierring überhaupt und wofür brauchen wir den? Ein Zentrierring ist letztendlich dafür da die Mittenbohrung auf euer Fahrzeug zu zentrieren. Denn viele Felgenhersteller bohren ihre Mittenzentrierung größer, um auf so viele Fahrzeuge wie möglich adaptieren zu können. Aber braucht ihr den jetzt überhaupt? Keine Sorge, wir prüfen bei jeder Bestellung, ob ihr diesen kleinen Helfer braucht und wenn ja, schicken wir euch den gratis mit. Also bis zum nächsten Freitag bei den DF Friday Facts.